Eine Person hat einen Job als im Lebensmittelhandel und muss Alkohol einräumen. Ist dieser Job haram? Also er ist im Lebensmittelhandel? Und räumt Alkohol ein. Aber ist das seine Hauptaufgabe oder macht er auch andere Sachen? Teil der Arbeit. Teil der Arbeit. Das ist auf jeden Fall haram. Dass er Alkohol einräumt, ist auf jeden Fall verboten. Das heißt, diese Arbeit ist mit haram verbunden. Ist nicht absolut haram. Nein, ist mit haram verbunden. Und deswegen sollte er diese Arbeit auf jeden Fall durch eine andere Arbeit aufgeben. Das heißt, er soll sich einen anderen Job suchen, inshallah. Wo er nicht mit Alkohol in Berührung kommt. Ja.